Wir sind wieder unterwegs auf dem Acker der Wollust. Auf dem Acker, wo wir schon waren. Wir haben ja noch ein ganzes Stück, was wir noch nicht haben und ich bin jetzt schon im Moment unterwegs. Und der erste Fund ist da. Ein Knüppchen. Muss ich zu Hause mal sauber machen. Auf jeden Fall ziemlich dick, wo ich wohne noch nicht. Weiter geht's. Ja Leute, einen für mich Megafund habe ich bisher noch gar nicht gefunden. Ja, kann ganz schlecht rein. Ich dachte, der ist Müll. Aber guck mal nach, wie man das so zwischendurch mal macht. Und hier könnte dann mal die mittig weiße, was das so sieht. Ohne hier. Mittag einen Topf mariniere machen. Hier und überall noch hoch. Ah, ich kenne doch dieses Spiel hier mit dem Treiben. Treiben bis das weiße kommt, hätte ich bald gesagt. Also, es ist so ein weißes Mehl da drauf. Ich schätze mal Kalk oder keine Ahnung. Also, Obszidation scheint es irgendwie nicht zu sein. Wir schauen mal nach, was vorne ist. Ich bin gespannt. Ich hoffe, wir kriegen das raus. Ja, zweites schlechte Signal gegraben. Und so langsam kommt mir der Gefühl, würde ich mal sagen. Sprachlähmung ist nichts für uns. Ja, schon wieder eine Münze. Scheiß Signal. Aber Münze hier steckt sie drin heute. Es sieht Gold aus. Tja, ich tippe dennoch leider auf 10 reichsternig oder sowas. Da ist es drin. Aber die sieht echt noch gut aus. Ich bin echt gespannt. Ja, da ist er. Ja. 19,24 wahrscheinlich wieder. 19,35. Okay. Hier. 10,15. Ja. Also, 10 Rentenpfenni hier. Weiter geht's. Hallo liebe Liebenen. Willkommen zum nächsten Fund. Da ist er. Günther von der Rückseite her. Ja. Ich will ja mal Münzknöpfe finden. Aber könnte vielleicht einer sein. Einen habe ich hier ja schon gefunden. Aber der sieht ziemlich stark aus. Aber hier hinten kann man noch ein bisschen Schrift erkennen. Schauen wir mal, wie er aussieht, wenn er sauber ist. Böse ist auch noch dran. Super. Weiter geht's. Nächster Fund. Eine Münze. Was voll ist. Kann ich so nicht sagen. Die sieht auch schon recht fertig aus. Scheint so ein bisschen aufgeblüht zu sein. Naja, wir nehmen sie mit und machen sie mal sauber. Vielleicht kriegen wir noch was raus. So, willkommen zum nächsten Fund. So, willkommen zum nächsten Mal. So, willkommen zum nächsten Mal. So, willkommen zum nächsten Mal. Ja, Leute. Ein für mich Megafund. Habe ich bisher noch gar nicht gefunden. Richtig geil. Ich freue mich mega. Ich zeig's euch. Leute. Guckt euch den hier an. Ein schöner Siegeri. Oh, eine schöne Bettschaft. Moment. Danke. Richtig neues. Richtig, richtig geil. Habe ich noch gar nicht. Schön, richtig schön. 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 Weiter geht's. Geil. Heute scheint echt mein Tag zu sein. Nächster wichtig gute Freund. Eine Silbermünze. Ich tippe von der Größe auf einen Kreufer. Kann auch was an mir sein. Wir schauen mal nach. Ich tippe mal schnell wieder raus. Ich tippe mal schnell wieder raus. Ich tippe mal schnell wieder raus. Leider können sie über. Schauen wir mal. Ja. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich platt. Schauen wir mal zu Hause. Hallo Leute und willkommen zum nächsten Pfund. Und ich glaube ich habe es schon wieder selber gefunden. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber es sieht schwerer nach aus. Allerdings ein bisschen eierig dafür. Aber doch. Das denke ich schon. Jo. Das ist auch wieder eine Silbermünze. Mal gucken, ob wir noch was rauskriegen. Ich hoffe. Weiter gehts. Tja. Schlag auf Schlag. Hier nächste Münze. Mein Join Pit ist eigentlich schon voll. Aber egal. Weiter gehts. Miniaturlauf. Und dann. Sieht mir zumindest an der Münze aus. Jaja. Leider schon wieder blank. Hier ist noch ein bisschen Struktur drauf. Aber ich kann es jetzt auch noch nicht sehen. Wir schauen zu Hause nach. Weiter gehts. So. Nächster Pfund. Wieder einer von diesen dicken Knopfen hier. Knopf halt. Schauen wir mal. Warte gehts. So. Willkommen zum nächsten Pfund. Gut. Ein Weißfennig. Deutsches Pärerreich. Nächste Münze. So. Warte gehts. Danke. Link.